Also normalerweise wisst ihr ja, am Sonntag kommt ein neues Video online. Und das versuche ich jetzt zu tun. Ist aber nicht so einfach, weil man kann sich das vielleicht denken oder sehen, es ist ein bisschen kalt. Jetzt die Frage, wo bin ich? Und das möchte ich eigentlich noch lüften, aber nicht heute, denn das ist jetzt nur eine ganz kurze kleine Ansage, dass ich zum Sonntag überhaupt ein Video oben habe. Hahaha, was für ein Cheater. Und ich glaube, nördlicher könnte es nicht sein, wenn ich meinem Reiseführer hier glauben darf. Hier gibt es weder einen richtigen Tag noch eine richtige Nacht. Es ist eigentlich durchgehend dunkel. Aber das erkläre ich dann im nächsten Video, wenn ich euch ein paar Eindrücke von dem Trip zeige. Seid dann aber nicht böse, dass es nicht allzu viel ist, weil ich nicht die ganze Zeit mit der Kamera rumrennen möchte, so wie immer. Weil ich habe heute zu tun. Ich bin jetzt gerade schon ein bisschen noch am Drehen nebenbei. Aber das dauert ein bisschen länger als gedacht. Deswegen kommt heute nur diese Ansage als Video. Und ich möchte euch wenigstens mal kurz die Gegend zeigen, bevor es dann das richtige Video gibt. Und jetzt passt mal auf, Leute. Oh, Leute. Es ist üblich kalt. Ich habe extra deswegen so eine scheiß Schapke auf. So sieht mein Ausblick momentan aus. Unfassbar. 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 Kultur.